Hi und willkommen zum LadyBossConcept YouTube Channel. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Thema Gefühle und zwar spreche ich darüber, dass es eine Entscheidung ist und wie du diese Entscheidung treffen kannst, dich gut zu fühlen und wie du vielleicht aus einer negativen Gefühlsspirale ausbrechen kannst. Viel Spaß! Vielleicht kennst du das, wenn du dich irgendwie total fremdbestimmt fühlst und das Gefühl hast, eigentlich sind alle anderen oder die Umstände oder was auch immer daran schuld, dass du dich gerade nicht so gut fühlst. Vielleicht kannst du dir schon vorstellen, wenn du mich und meine, vielleicht andere Videos oder so von mir kennst, dass ich nicht unbedingt überzeugt bin von dieser Schuldzuweisung. Genau, man nennt es auch Opferrolle und ja, es ist eigentlich total normal, dass wir das Gefühl haben oder dass wir den Eindruck haben, unsere Gefühle werden von außen gesteuert, aber es stimmt nicht ganz und darüber möchte ich heute mit dir reden. Und zwar ist es so, dass dich gut zu fühlen oder überhaupt dich irgendwie zu fühlen ist in Wirklichkeit deine Entscheidung. Jetzt sagst du wahrscheinlich sowas wie, nein, ich meine, welcher Mensch bei gesundem Verstand würde sich freiwillig schlecht fühlen wollen? Ich behaupte, wir alle. Beobachte das einfach mal bei dir, vielleicht wenn du dich erinnerst, als du mal Streit hattest mit deinem Partner. Du warst wütend, du warst enttäuscht, du warst traurig, was auch immer. Und dann bist du vielleicht da gelegen oder gesessen oder was auch immer und dann war dieses Gefühl da. In dem Moment wolltest du es fühlen. In dem Moment wolltest du genau dieses Gefühl haben, weil es hat ja auch seine Gründe. Es hat ja auch seine Gründe, warum du gerade enttäuscht bist, warum du gerade wütend bist, warum du gerade traurig bist. Klar gibt es diese Auslöser. Und für mich war das erstmal ein hartes Brot, sage ich jetzt mal, das so mir bewusst zu machen. Und ich habe dann aber auch wirklich mal in mich reingehört und habe darauf geachtet. Und tatsächlich, in diesem Moment fühlt es sich irgendwie auch seltsamerweise gut an, sich schlecht zu fühlen. Ich hoffe, das macht jetzt irgendwie Sinn für dich. Aber genau. Also im Prinzip willst du dieses Gefühl da haben und es hat ja auch seinen Grund. Das hat ja auch seine Hintergründe. Gefühle, darüber habe ich ja auch schon mal ein Video gedreht oder auch einen Artikel geschrieben. Gefühle wollen gefühlt werden. Negative Gefühle, sogenannte negative Gefühle, die haben ja auch ihren Sinn und ihren Grund und ihren Zweck. Und wenn du wütend bist, dann bist du wütend, weil etwas passiert ist. Weil du dich ungerechtfertigt behandelt gefühlt hast oder weil irgendjemand deine Grenzen übertreten hat oder, oder, oder. Dann ist das berechtigt und dann darf dieses Gefühl auch erstmal einfach da sein. Und genau deswegen willst du es ja auch in dem Moment dann fühlen. Ja, und genau. Also das hat schon so seinen Sinn und es ist auch echt okay. Auch wenn es schwer fällt, sei einfach mal ehrlich zu dir selbst und hör einfach mal in dich hinein. Und vielleicht das nächste Mal, wenn du wirklich wütend, traurig, enttäuscht oder sonst was bist, schau einfach mal, wie ist denn das gerade? Will ich eigentlich mich so fühlen? Fühlt es sich vielleicht gar nicht so schlecht an? Also gerade Wut, in dem Moment, in dem du wütend bist, also ich weiß nicht, Wut wird irgendwie als negatives Gefühl immer beschrieben, aber in dem Moment, in dem du wütend bist, fühlt es sich eigentlich ziemlich gut an, wütend zu sein, wenn du einfach mal drauf achtest und drauf hörst. Genau. Und wenn du dir das jetzt mal anguckst, was sind denn das für Gelegenheiten? Eben, denn wir kriegen es ja auch schon in der Sprache, dein Partner ärgert dich, dein Kollege macht dich wütend, das Wetter macht dich irgendwie, das macht dich niedergeschlagen oder traurig oder was auch immer, oder zieht dich runter, jetzt habe ich es. Das Wetter zieht dich runter, ja. Also schon in der Sprache haben wir diese Schuldzuweisung mit drin, dass wir, wir kriegen das so beigebracht, ja. Und du hast das natürlich auch schon irgendwie verknüpft, assoziiert, ja. Wenn das und das passiert, dann fühle ich mich so und so. Für dich ist das eine total logische Verknüpfung und deswegen nimmst du das ja auch gar nicht mehr so richtig wahr, dass das eigentlich eine Entscheidung von dir ist und dass es eigentlich etwas ist, was du willst. Genau. Und es ist halt so, der Auslöser für deine Gefühle liegt nicht wirklich im Außen. Vor allem in Situationen, in denen du dich nicht so gut fühlst, das kannst du aber auch bei anderen Sachen einfach mal machen. Überleg dir irgendwie eine Situation und wie du darauf reagieren würdest oder wie du vielleicht darauf reagiert hast in der Vergangenheit. Und dann nimm dir eine andere Person, die anders tickt als du und überleg dir, wie hätte diese Person darauf reagiert. Und allein schon, dass man diese Frage stellen muss, zeigt schon, wir können auf dieselben Dinge, auf dieselben äußeren Umstände komplett unterschiedlich reagieren. Das heißt, das im Außen kann überhaupt gar nicht der Auslöser dafür sein, dass du dich jetzt so fühlst, ja. Oder eigentlich, ja, machst du das. Du bist jetzt traurig über irgendwas oder du bist wütend über irgendwas oder du ärgerst dich über irgendwas. Also versuch vielleicht auch mal diese Sprachen zu verändern. Ich weiß, im ersten Moment hört sich das total komisch an oder fühlt sich das total komisch an, da auch die volle Verantwortung dafür zu übernehmen. Aber achte mal auf deine Sprache und versuche wirklich mal, wenn du irgendwie deine Gefühle ausdrückst, nicht zu sagen, das ärgert mich jetzt oder das regt mich auf oder du regst mich auf. Oder, ja, sondern wirklich zu sagen, ich bin gerade verärgert, ja. Ich regle mich gerade auf. Ich bin gerade traurig, ja. Also, dass du wirklich so dieses aktive Element mit reinbringst in die Sprache. Und dann verschiebst du schon die Perspektive komplett. Und dann merkst du auch mit der Zeit, wie du immer mehr Macht auch über dein eigenes Gefühlsleben kriegst. Weil, und das ist auch eine Frage, die ich mir stelle, das ist auch ein Tipp, den ich dir geben möchte. Wenn mir ein Kollege auf den Sack gegangen ist, ja, oder, also ich bin bei der Arbeit und irgendwie ein Kollege hat irgendwas gemacht, was mir halt jetzt gar nicht passt. Dann habe ich mich wirklich gefragt, also im ersten Moment rege ich mich natürlich auf. Ist ja auch total normal, ist ja auch natürlich. Aber dann frage ich mich auch wirklich, will ich jetzt wirklich, dass dieser Mensch gerade über mein Gefühlsleben bestimmt? Will ich wirklich, dass diese Person so viel Macht über mich hat, dass die bestimmen kann, wie ich mich gerade fühle? Und das ist echt eine Frage, die du dir stellen kannst und die ich mir immer wieder stelle und die mir immer wieder hilft. Und meistens, wirklich, meistens kommt die Antwort ganz klar, nein, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte dieser Person nicht so viel Macht über mich geben. Und dann fällt es mir viel leichter, dann habe ich diesen Fokus, die Perspektive schon verschoben und dann fällt es mir viel leichter, mich auch wieder aktiv fürs Gutfühlen zu entscheiden. Also das ist mal so mein Tipp dafür. Und ein weiterer Tipp, den ich dir vielleicht geben möchte, ist die sogenannte Sedona-Methode. Und zwar sind das drei Fragen, glaube ich. Irgendwie will ich immer vier sagen, ich weiß nicht warum, aber es sind nur drei. Und das funktioniert so, du stellst dir diese drei Fragen und nach jeder Frage hörst du erstmal in dich hinein und guckst, was an Antworten kommt aus deinem Bauch. Es ist wichtig, dass du diese Antworten nicht mit dem Kopf, oder dass du die Fragen nicht versuchst mit dem Kopf zu beantworten. Also wirklich gucken, was aus deinem Bauch kommt. Jede Antwort ist richtig, es gibt keine richtigen und falschen Antworten. Du machst die drei Fragen durch, hörst jedes Mal in dich hinein, wie es sich anfühlt und dann fängst du wieder von vorne an mit der ersten Frage. Und während des ganzen Prozesses, während du das wieder und wieder machst, also vielleicht zwei, dreimal reicht eigentlich schon, ja, beobachtest du dabei, wie du dich fühlst und wie deine Gefühle sich vielleicht in der Zwischenzeit sogar schon verändern. Und die erste Frage ist, könnte ich dieses Gefühl loslassen? Also wirklich einfach gucken, was kommt aus deinem Bauch, könnte ich dieses Gefühl loslassen? Dann als zweite Frage, würde ich dieses Gefühl loslassen wollen? Und genau da passt das auch wunderbar zum Thema, weil diese Frage impliziert ja schon, dass du dieses Gefühl vielleicht doch behalten willst, dass du vielleicht doch daran festhalten willst, ja. Und tatsächlich, wenn du es beobachtest, wenn du es wirklich mal beobachtest, merkst du, dass du an diesen Gefühlen tatsächlich festhalten willst, in dem Moment, aus Gründen natürlich. Gut, aber die dritte Frage, also auch hier, ne, gucken wirklich, was aus dem Bauch kommt. Würde ich es loslassen wollen, wenn du im Moment sagst, nö, würde ich es gerade nicht wollen, gefühlt, dann ist das okay. Dann gehst du weiter zur nächsten Frage. Nächste Frage und die letzte Frage ist auch, wann würde ich es loslassen wollen? Und das ist auch eine wichtige Frage und da lässt du auch einfach mal gerade alles kommen, was kommt, ne. Würde ich es die nächste Stunde noch behalten wollen oder vielleicht erst in drei Tagen loslassen wollen oder fühle ich mich gerade so darin gefangen, dass ich eigentlich mein Leben lang nie wieder loslassen will, diesen Gram oder was auch immer da gerade ist, ja. Ja, jede Antwort ist richtig, guck einfach wirklich, was aus deinem Bauch kommt, ne. Und der Vorteil ist, während du das machst, beobachtest du ja deine Gefühle. Und während du sie beobachtest, werden sie in der Regel schon schwächer, weil du machst genau das, was die Gefühle dann wollen in dem Moment oder was sie bezwecken. Du gibst ihnen Raum und du lässt sie da sein, ja. Und das ist dieser Raum, den die brauchen, um verarbeitet zu werden. Und während du also dann beobachtest, werden die meistens schon schwächer. Und wenn du diese Fragen durchgehst, wirst du dir einfach darüber bewusst, dass du die Macht darüber hast, dass du, wenn du das Gefühl noch behalten möchtest, das ja auch seinen Sinn hat, ne. Und dass du aber, wenn es keinen Sinn mehr hat für dich, dass du es dann auch loslassen kannst, ganz bewusst. Also es ist eigentlich eine super Methode. Kann ich nur ans Herz legen. Ich war anfangs ehrlich gesagt skeptisch und beim ersten Mal fühlt sich das noch ein bisschen komisch an. Aber das machst du zwei, dreimal und dann geht das auch. Probier es für dich einfach mal aus, kann ich dir dazu raten. Genau, das war es eigentlich von mir. Dazu nochmal kurz zusammengefasst, wie du dich fühlst, ist eine Entscheidung. Dich gut zu fühlen ist auch eine Entscheidung. Also wenn du raus willst aus einer vielleicht gerade bestehenden Negativspirale, wenn du gerade das Gefühl hast, alles ist irgendwie nicht so gut, dann triff wirklich ganz bewusst die Entscheidung. Frag dich wirklich, wie will ich mich fühlen? Wie will ich mich fühlen? Wer will, nein, wer soll, Macht über meine Gefühle haben? Auch das nochmal als Tipp wirklich. Wenn du dich das nächste Mal schlecht fühlst, wegen irgendjemandem oder etwas anderem, frag dich wirklich, will ich, dass diese Person oder dieser Gegenstand oder Umstand, was auch immer, so viel Macht über mich und meine Gefühle hat oder will ich es nicht? Und nutze diese Dona-Methode mit den drei Fragen. Könnte ich das Gefühl loslassen? Würde ich es loslassen wollen? Und wann würde ich es loslassen wollen? Genau. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Infos zur erfolgreichen Lebensführung brauchst, dann schau auf jeden Fall auf der Webseite vorbei, ladybossconcept.de und abonniere auf jeden Fall auch den Kanal. Es wird noch weitere spannende Videos geben sowieso. Hinterlass mir auch ein Like und einen Kommentar. Erzähl mir gerne im Kommentar, wie du die Methoden findest, wenn du sie ausprobiert hast, wie sie bei dir gewirkt haben. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ich freue mich, dass du dabei warst und wünsche dir viel Spaß noch und bis zum nächsten Mal.